Hallo Wertes Cluster hier beim Halo Cluster mit mir Ischmar und Quertes auch hier und wir pöbeln heute in Infection und es ist so so toll dass wir hier sind dass sich Quert auch schon sehr erfreut und Kirche mit mir Ischmar und noch andere unwichtige Darsteller so und wir werden jetzt unsere unsere wie wie sagt man Salmonellen verteilen ja und eine Epidemie auslösen die das Universum so noch nicht gesehen hat Infektion ja den Bonus nehme ich den da, Mission Sieg ist glaube ich nicht so gut, ich nehme mal den Daniel Spiegel, so und da geht es auch schon los weil ich, ne ich dachte ich hätte Sucheinstellungen erweitert aber habe ich nicht, ist auch egal würde ich sagen ja wir haben schon was gefunden Infektion round one ich bin nicht infekted, wo bist du? NGH, da hi komm mit, wir gehen irgendwo anders hin als die andere ok pass auf, halt die Augen offen ist seit neun irgendwie das Ding grüner als sonst, dein, dein, dein Tag? weiß ich nicht, ich glaube die haben das noch ein bisschen vergrünt ja aber davor habe ich es immer nie erkannt muss ich sagen aber jetzt erkenne ich es direkt so richtig krass dass du meine, da vorne ist schon böses gefallen wo die gerade bei grün sind Puh, wir müssen woanders hin, wir sind jetzt so viele Mates die sind total komisch, spartaner lass mal hier hinten rein was war das sogar ok oh creepy alter, creepy pass auf, diese Ecke da hinten wir können in diese Ecke gehen, da verkampen sich die Leute mal gerne hier so yeah was ist eigentlich mit dem roten Kerl hier? der, der liegt uns irgendwie ziemlich ja, der ist, der ist irgendwie so rot zieh dir mal an wie, wie stark der leuchtet ah, der geht weg von was wollen sie denn alle hier? was wollen die alle hier? da vorne kommt ein Zombie ah ah, ich treffe nicht oh Gott, der kommt hier ums Eck pass auf, nein hätte ich ein besseres Aim, alter aber ich habe einfach fuck kein Aim piss on this shit die die wo bist du? ich geh hier weg ich krieg ich ich krieg ich ich hab ich hab Angst ich hab Angst, man Oh, da ist ja noch einer. Nein, was machen die denn da? Was? Letzter fucking Überlebender? Hab ich jetzt einen fucking Overkill gemacht? Oh yeah. Zu viele Eingänge. Zu viele Eingänge. Das sind echt zu viele Eingänge gewesen. Zwei. Das ist zu viel für mich zu handeln. Zwei. So, wir gehen hier unten rein. Wo bist du? Wo, wo? Ich bin da in diesem Unterding. Warte, warte, warte. Jetzt hole ich mir die Saw. Wusstest du, dass Station Zulu von Homeworld Heroes ist? Ja, ja. Weiß ich. Hab ich jetzt vor kurzem wieder gesehen. Cooler Typ, dieser. Tja, das ist blöd. Nun liegt das an mir hier. Die restlichen, menschlichen Spart. Das war echt jetzt unerwartet. Gene. Oh, hi. So viel Tats. So viel Tats. So viel Tats. Ah, scheiße. Das wäre der Triple Kill gewesen. Übersteuern ist real auch hier gerade nebenbei bei mir. Gibt auch, gibt auch eh zu viel Spartans her. Also, ich wollte was tun für... Ach, du bist ja durch. Kann man eigentlich als Zombie Schalter betätigen? Kann ich diese Tür hier öffnen? Welchen Tür, welchen Schalter? Keine Ahnung. Diese eine Tür, da kannst du nicht. Hier gibt es eine Tür. Weiß ich nicht. Schau, wenn du mir folgst. Ich kann es dir zeigen. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Genau hier. Da, schau. Du bist nur. Ach da. Hinter dir. Gott, Jesus. Da ist der Schalter. Ach da. Da rutschst du. Au. Ja, tatsächlich. Schliess mich halt runter. Hinter dir. Hinter dir. Es gibt noch einen Tür. Oh. Get the Barster. Er leckt auch so hammerhart, der Typ. Was? Seit wann ist denn das? Das plötzlich alle legen wie Hosenstall. Oh. Ah, der Zombie. Ich habe da schon erstens an dem Oh gehört und zweitens daran, dass du kurz davor bist, mich zu fragen, wo ich bin. Oh, hi. Wer ist denn das? Dieser Idiot. Ich wusste sofort, als die Tür aufging, das kann doch nur kurz sein. Kein anderer würde das einfach aufmachen. Nein, 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 nein. Wo bist du? Nein. Du mieser Scheißdrecks. Ich hasse dich. Geil. Ach, wir haben ihn ja eingekackt, ey. Das hätte, keine Ahnung, habe ich dich mit der Hydra überhaupt einmal getroffen? Nee. Ah, ja. Alter, ich habe dich doch gesparten, Charge. Ich habe sogar den Sound gehört. Wie dumm. Ach, ich bin viel zu laut. So früh am Morgen. Ich auch, aber ich war übersteuert. Sie sehen mich. Hi. Sie sehen mich. Sie sehen, dass ich die mal schießen da raus. Von hinten, wenn sie es anzeigen. Boah, das wäre das Massaker gewesen. Sie haben es irgendwann gecheckt, dass ihre Menschen einen nach den anderen sterben. Ja, die standen alle, die trüren immer so. Man konnte die so toll trickern. Man muss sie immer so stehen, dann wieder weggehen. Aber dann schießen sie immer durch. Oh, fuck. Okay, damit haben wir es nicht gerechnet. Scheiße, der macht einfach einen Triple-Kill, Alter. Fuck. Wo spawn ich dich? Ich will hier hinten nicht spawnen. Au. Ich bin ja auch immer hardcore orientierungslos, muss ich sagen, auf dieser Web. Oh. Ach, hier bin ich schon wieder. Ah. Da, die hängen da jetzt. Ich werde mal die Tarnung nutzen, um hier ganz getarnt vorzugehen. Und dann plötzlich um die Ecke. Fuck. Okay, eine habe ich bekommen. Noch eine Minute. Warte, es gibt aber noch einen. Weil dort hinten ist glaube ich nur noch einer am Leben. Das heißt, irgendwo muss noch einer sein. Los, Horde. Los, Horde. Hier sterben Menschen. Doch, abgestochen haben. Oder nicht Menschen eigentlich. Wo sind die denn? Ach, da. Das ist ein Gegner. Soll ich vielleicht noch was tun gehen? Oh, das ist ja auch noch einer. Genau vor mir wird natürlich zum Last Man Standing. Und dann überlegt er einen Scheißschlag. Scheiße, ich hätte Mission Sieg einstellen sollen. Ich bin gut dabei. Wunderschöne. Wieso blockieren hier alle alles? Wo bist du überhaupt lang? Da oben. Oh Gott. Hinter mir wird Zeug bekehrt. Äh. Bekehrt. Wololo. Wololo. Nein. Ach Mann, ey. Nein. Nein. Oh Gott. Das Übersteuern ist so real. Alter. Alter Schwede. Nein. Da vorne ist noch mehr Böses im Busch. Da wird hier ein Bank kommen. Da vorne ist noch mehr Böses im Busch. Da. Ah. Okay, jetzt ist es Zeit, Waffe zu wechseln. Soll ich das ein Problem nehmen? Nachlernen. Durchladen. Okay. Okay. Bro, wir sind ja safe. Wer bist du überhaupt? Es, Es, Ex, Irgendwas Gaming. Äh. Wo ist er hin? Nein, Ex, da bleibt hier. Nein. Das bin ich alleine. Ex-Tason Gaming. Ex-Tay. Oh, er ist so ex-Tason. Oder so. Oh. Oh, geschossen. Und gemeuchelt. Und gemördert. Ist nicht gut. Ist das. Du lebst immer noch? Darf doch nicht wahr sein. Ich lebe tatsächlich immer noch. Aber ich kriege nicht so viel mit von Zeug hier. Äh. Hitum. Ähm. Oh, da vorne ist ein AFK-Zommy. Ich werde mir diesen Kill mehr klauen. Und er klaut mir den fucking Kill. Da. Wie hat er es überhaupt geschafft? Dafür kriege ich jetzt diesen hier. Nein. Oh Gott. Oh nein, ich muss hier ganz schön weg. Was? Wie du das überlebt hast? Das ist wieder so sinnlos. Ich habe es nicht überlebt. Ich bin tot. Ach, du bist tot. Das ist schwer. Endlich hast du. Oder untotst. Hahaha. Bei einer Skala von 1 bis 10. Wie böse war das? Wie böse das war? Oder wie schlecht das war? Ja. Böse. Oh. Er ist One-Shot. Ja, dann get him. Get him. Ich bin tot. Ich habe ihn One-Shot gemacht. Get the Hooligan. Der kann doch nicht so lange überleben. Was macht ihr denn? Oh, diese Musik. Wenn du noch einer legst. Ja, ich bin Zweiter. Ich bin Zweiter. Oh. Wir werden uns da noch überholen. Und warum? Fuck everything. Der mit seinem Super-Elf. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Da ist noch eine Runde drin. Da ist noch eine Runde drin. Ja. Retreating Data. Alter, der eine hat aber noch Hardcore zugelegt. Oder wie? Ah, nee. Es ist Time Survived. Wo sind die? Ach, da sind die Punkte. Okay. Naja. Here we go again. Special Edition. Okay, wir sehen. Auf welchem virtuellen Schlachtfeld schlagen wir uns jetzt? Die haben nicht aufgepasst zuvor. Infection. Aber Drillside ist einer von denen, die ich mehr mag. Ja, die finde ich sehr interessant. Crypt finde ich auch sehr toll. Die ist zwar zum Spielen nicht ganz so super. Aber kackst direkt. Au. Was? Woher kam der denn? Du studierst Jura, verpiss dich, du Schwuler. Okay. Ich gehöre jetzt auch zu den lebenden Toten. Unbad nightmare. Irgendwo hier geht's. WTF? Shit ab. Wie sinnlos. Großer Shit geht hier ab. Noch drei überlegt. Three survivors remain. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Irgendwie. Wo bin ich? Oh, ich weiß nicht, wo. Nein, es ist so komisch. Sie sind. Oder einer von denen zumindest. Au. Ja, und wo sind sie? Der kennt mich hier unten irgendwo. Bei Rohren. Das ist ein Rohre. Ich drehe mich, drehe mich. Ich finde sie nicht. Und warte mit. Aua, mit Snipe. Und der kann schon mal sogar snipen. Irgendwie. Du musst ja nicht mal den Kopf treffen. Ja, ich glaube. Ah, er flüchtet. Ich weiß nicht, über den Kopf. Get the fucker. Nein. Er flucht. Dieser Glitch ist gebrochen. Wo ist der? Ah, da. Mein Gott. Nichts gerissen in der Runde. Ich habe nicht einen Kill gemacht. Ich habe tatsächlich einen Infected Kill gemacht. Also einen Kill, wo ich eine Infected getötet habe. Nein, nicht damit. Bist du auch gerade, Zombie? Ja. Ja. Du auch, oder was? Ja. Wie sinnlos ich den nicht gekriegt habe. Das ist wieder so typisch. Dafür habe ich den gekriegt, der dich kriegen wollte. Das Schwert ist so doof in diesem Game. Ich muss sagen, als Alpha-Zombie bist du ja echt stark, weil, ähm... Boah, es leckt. Was war das? Ja, das war... Sagen wir interessant. Ehren uns. Wo ist denn der Rest? Das kotzt mich gerade echt an. Ganz ehrlich, ich hätte schon 500 Kills und... Ich hätte es noch kurz irgendwie deiner ganzen Thrusts und Ding raushauen können. Ich bin ja rausgefrustet. Das war das Problem. Dann wo bleiben deine Stabilizers, die du noch anschalten kannst. Dann hättest du... Ja, keine Ahnung, was du dann hättest tun können. Schon ziemlich scheiße. Ich glaube, du hast einfach verkackt. Aber ich spiele gerade verkackt. Oh, oh, oh. Der Zombie. Der Kerl da unten wurde einfach so übermannt. Ja, 20 Punkte. Oh, yeah. Das ist mal nix. Round 3. Round 3. Man kann hier nicht so überall across springen. Das ist so schlimm hier an der Map, deswegen... Aber am Healy hier kann man eigentlich immer gut last standen. Aber irgendwie kommt seit neun immer niemand am Healy, deswegen... Wo bist du eigentlich? Ah, okay, du bist kein Sonnen. Oh, Zombie. Zombie, scheiße, Zombie. Ich habe gerade fast rückwärts von der Map gesprungen. Oh, hier gibt es so eine Pistole. Mit der ich bestimmt nichts treffe. Aber hey. Man kann es ja mal probieren, schätze ich. Probieren geht über studieren. Der T-Baggt den Zombie. Warum T-Baggt den Zombie? Oh, ja, ich stehe auf dem Healy. Ich stehe auf Healy's. Nein, okay. Oh, da kommt was Böses. Ah, ah, ah. Okay, ich habe nichts getroffen. Ich habe noch... Sind es sieben Schuss? Ja, sieben. Oh, danke. Ich stehe ja auch echt scheiße. Oh Gott, irgendwo hier kommt es dauernd. Ich hasse es, wenn sie da so rum sparten, chargen und shit. Das macht mir immer Angst. Ich habe eine Phobie vor diesem Geräusch entwickelt. Das bedeutet im Zweifelsfall nicht, nichts Gutes. Oh Gott, da kommt es da. Da ist Böses im Busch. Oh, sie kommt. Ähm, okay. Ich habe gefühlt noch keinen Kill gemacht hier. Aber irgendwie stirbt hier alles gerade. Ich finde es toll, dass es bei den Maps hier immer nicht so Hardcore-Camp-Areale gibt. Dies zum Beispiel in Ding war das ganz schlimm. In Reach, bei Sword Base, wo dann alle unten in diesem Lift-Raum waren. Ja, das... Oder sie hier irgendwo hochblitzt haben. Okay, ich habe irgendwas getötet. Aber ich habe jetzt mein... Ich habe noch einen Pistelschuss. Mal sehen, kann ich sie noch irgendwie verwurschten. Ich mache hier auch nichts mit dem Snip. Ja, ich habe ihn noch verwurschtet. Das ist eigentlich auch schwierig, was mit dem Snip. Ach, oh Gott. Oh nein, unsere Barrikade hier fällt langsam. Wir haben ja noch 30 Sekunden. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Oh, okay, ich habe noch drei Schuss, noch drei Schuss. Shotguns doing work. Da kommt ein Alpha. Okay, das tut. Ich habe auch noch eine Granate, stimmt. Das wäre noch ein potenzieller Kill. Nein, ich verkack's so hart. Das ist natürlich bitter. Bitter. Ich habe auch keinen Aim in Faction. Das ist ganz wunderlich. Richtig bitter. 15 Sekunden. 15 fucking Sekunden. Wäre es gewesen. Naja. Das würde mich jetzt schon ein bisschen anwarten. Ich habe... Was nicht... Was... Es gibt nichts langweiligeres, als mit dem gesamten überlebenden Team an irgendeinem Point zu stehen und zu warten, dass die Zeit um ist. Das ist mir viel zu langweilig. Naja, das würde ich jetzt auch sagen an deiner Stelle. Das war schon immer so. Ich habe mich auch nie in diesem Liftraum in Reach aufgehalten, weil der einfach nur dumm ist. Ja, in Reach habe ich generell nie in Faction gespielt, weil das immer auf selber hinausgelaufen ist. Nämlich genau auf das, was du gerade gesagt hast. Und dann vor allem viel schlimmer war, wenn du dann infiziert wurdest, dann gegen die ganzen Camperhorden ankommen durftest. Aber hier finde ich geht das, weil hier ist alles so offen, bei den Maps und Zeug, und da ist das viel dynamischer. Oh, sind das eigentlich Explosionsdinger? Nee. Faszinierend. Faszinierend. Da gehen wir mal zusammen hier unten lang. Komm mit. Wo? Weil das komplette Team ist gerade beim Heli. Es ist so, guck dir das an. Das ist einfach nur dumm. Oh, diese coole Treppe oder Brücke hier oder was das da ist. Das ist so unten so. Nicht so ganz, sondern so halb. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass unsere Zombies ja auch wieder hardcore unfähig sind. Oder ich glaube, oh. So viel dazu, gell. Da war ich ein bisschen zu langsam, ja. Das war Instant Karma. Egal. Jetzt machen wir ihnen den Garaus, würde ich sagen. Oh, shit. Okay, sie sehen mich. Ich bin hier. Oh, was? Okay. Interessant. Aber unser Alpha hat ja eine gute Taktik. Oh, shit. Da sind sie mich schon wieder. So spawn ich auch genau dort, wo ich zuvor gestorben bin. Das ist irgendwie nicht so schlau hier. Oh, crap. Okay. Das wird schon ein bisschen ärgerlicher jetzt hier. Hm. Zorn-Base. Wo sind die Zorn-Base? Oh, echt. Einfach nur draufhalten. Interessant. Weil der auch trifft mit seinem scheiß Shit da. Wir müssen gar nicht vom Heli-Patt kommen. Mit seinem Schweiß-Shit. Oh, was haben wir denn hier? Tja, es tötet mich. Dass der auch Glück hatte, dass der andere Kerl da ihn noch eliminiert hatte. Ach, sie sind vom Heli-Patt weg und haben sie jetzt zu dem Haustoffer dannisiert. Fuck. Die Zorn ist leer. Boah. Oh. Hi. Hi. Boah. Mann, hab ich mir eingekackt. Keine Munition mehr ist kein gutes Gefühl. Nee, was sagen sie? Keine Munition mehr? Nein. Oh, schade. Überlebt. Siebter. Toll. Ich bin auch siebter. Naja. 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 Schade drum. In der Tat. Ach, Survival-Kills. Naja, gut. Die anderen waren tatsächlich ein bisschen besser drin. Gut. Das war gepöbelt. Infraction. Infektion. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens etwas Interesse daran. Und ja. Ich schätze Hans Entertainment. Arme Nark. Oder ja. Ihr kennt ja diese Hans Entertainment Momente. Naja. Und man sieht sich bestimmt vielleicht mit anderen Menschen aus dem Cluster in einer weiteren Pöbel-Folge. Je nachdem, was Free for Free da so macht. Ja. Wahrscheinlich bald wieder Firefight oder so. Vielleicht, wir können eigentlich theoretisch, können wir auch irgendwie einfach so mal pöbeln. Müsst uns ja nicht immer nach 3, 4, 3 richten. Das ist ja jetzt weit ausgeholt. Aber okay. Ja, ja. Na gut. Then have a nice day. See you soon. Genau. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018